Du hast bestimmt schon mal ein Erklärvideo auf YouTube angeschaut. Ob für die Schule, den Job oder allgemeinen Alltagstipps. Erklärfilme haben meistens das Ziel, dem Zuschauer Informationen verständlich und einfach zu erklären. Wie genau so ein Erklärvideo aufgebaut wird und was du bei der Erstellung beachten solltest, zeigen wir dir heute in unserem Beitrag, wie entsteht ein Erklärvideo. Um einen guten Erklärfilm entstehen lassen zu können, solltest du dir zunächst im Klaren darüber sein, was du überhaupt erklären willst. Wenn du dein Thema ausgewählt hast, solltest du im ersten Schritt mit dem Schreiben eines stimmigen Drehbuchs beginnen. Das Skript ist der wichtigste Schritt, damit ein gutes Erklärvideo entstehen kann. Im nächsten Schritt wird nun ein Storyboard produziert, wo man die einzelnen Szenen in einzelnen stehenden Bildern sieht. Rechts neben den Bildern steht der jeweils gesprochene Text vom Drehbuch. Sobald ein Storyboard fertiggestellt wurde, muss im nächsten Schritt der Sprechertext eingesprochen werden. Dafür gibt es Sprecherinnen oder Sprecher und das wird in der Fachsprache VoiceOver genannt. Sobald das Skript eingesprochen wurde, wird im nächsten Schritt das Storyboard mittels Animation der Bilder in Bewegung gebracht und das Erklärvideo fertiggestellt. Falls du selbst ein Erklärvideo produzieren möchtest oder einen Profi suchst, der für dich ein Erklärvideo produziert, kannst du gerne unsere Erklärvideoagentur Explained It Simple jederzeit kontaktieren. Wir haben über 10 Jahre Erfahrung mit der Produktion professioneller Erklärvideos und können dich hier gerne bei zukünftigen Projekten unterstützen. Wenn dir dieses Erklärvideo gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und vergiss nicht den Kanal zu abonnieren. So bleibst du immer auf dem Laufenden hinsichtlich unserer neuesten Erklärvideos.